Musik Hey und willkommen zurück zu einem neuen Video auf dem LamaSkot Kanal Heute geht es weiter mit Arx, Arriveder Wolf Wieder mit dabei ist diesmal nur der Nexus erstmal Nein Heute gehen wir Kristalle holen und machen für jeden die SWAT Ausrüstung Weil Tech Ausrüstung im Gegenweg Ich hab tatsächlich Bock Kristalle Echt? Schau dir mal hier rein, wir brauchen 47 pro Helm Ach dann tue ich mir jetzt das Scheiß wieder nehmen Ich dachte wir mal, wieviel brauchen wir? 47 pro Helm Da wir noch zwei Helme brauchen, ok dann haben wir mal 35 pro Helm Ich hab 29, das ist nicht genug leider Aber ein Anfang Oh, hier hab ich Watch me Schuhe Hose Oh 39, Freddy hier guck mal 39 Stuhlpünn Brustpanzer Helm Oh, die schaut doch klar aus Ja, sie hat 31 31 So, deine Rüstung wird grad gecraftet Nexus Ja Kannst du dir dann oben raus holen, dann machst du bitte das Ding wieder aus, ja Äh, äh, nein Fuck, Freddy, Hilfe Hä? Du für Metall Hilfst ein Otto, ja Komm, mit der Hälfte Moven geht Ich Ich Musste die ganze Scheiße schon Ich mag die ganze Scheiße, die schmelzen, mach mal an, ok? Yo, yo Äh, deiner Spotrüstung liegt oben in der Werkbank Komplett fertig Oh, alter Guck ja, wie schnell ich Freddy Guck mal hier Ne? Wie schnell ich gerade bin Hier, guck mal Siehst du mich ja Oder? Äh Ah ja, da Freddy Siehst du mich ja, ne? Wie schnell ich gerade bin So, jetzt Ich bin grad auch nicht viel schneller Ich hab auch Metall gefunden Warum auch immer ungeschmolzenes Metall da oben drin war Junge Das ist doch so lahm, oder? Ah, genau Für das Swatchild brauchten wir noch mehr Kristalle Für das Swatchild Ja, brauchen wir 200 Kristalle pro Schild, Junge WTF Aber das tankt wahrscheinlich auch eine gute Menge weg, oder? Ja, ja, eben Ich mach mir immer ein Schild Ich hab auch Metallschild Nee, bitte nicht Mach mir bitte noch Rüstung Ja, ich hab doch schon die Rüstung von dir Wir haben eh nicht genug Kristalle Ja, ja Wir gehen jetzt erst mal Kristalle holen Das ist das, was wir heute in der Folge machen Dann hol ich mir erst mal kurz mal eine Rüstung Ja, ich hab die hier bei mir Komm bei mir Hier Also, Swatchleiden Kann ich dir so Winterkacke ausziehen Primitiv Swat Alles klar, Swat Rüstung ist primitiv Ohne nicht gehört Ja, das ist ja wie gut Alter, sieht die geil aus von vorne, chillig Ja, von hinten, Digga, guck mal Hinten sieht so nicht gerade scheiße aus Warte, ich dreh mich mal für dich Ich dreh mich mal für dich Junge, ich seh dich doch von hinten Ich hab's für Personal Oh ja, dreh dich weiter, süßer Okay, gut Aber jetzt auf einige Aber jetzt wird erstmal einiges Nein, mein Trinken Okay, tschüss Hast du gerade dein Trinken auf deine Konsole ausgeschüttet? Nein, nicht ausgeschüttet Also, nee, es war zu Meine Konsole, ich liege im Bett, Freddy Meine Konsole ist im anderen Raum Nee, ich hab mir erst meine Trinkflasche runter vom Bett gefallen Scheiße Also, die war nicht offen, aber Ich muss mich drücken Oh, Jan steht hier hinten drin Hat Jan vielleicht nur Kristalle in sich drin? Nö Ihr habt mir ja keine Kristalle vormen lassen Ihr habt mir ja keine Kristalle vormen lassen So Äh, wir wollen Stimmt, wir könnten uns noch eine neue Jans holen Freddy Ja, lass uns erstmal zum Berg holen Und Kristalle holen Ah, jetzt bin ich schneller Ja klar, weil ich jetzt überladen bin Also kurz vorüberladen Äh, lass Wir müssten da rüber zu dem Berg Weil da waren richtig viele Ja, Leute Es ist natürlich ein bisschen dumm Dass wir, äh Jetzt erst die SWAT-Rüstung machen Wo wir den ersten Bosch schon geklatscht haben Immerhin ist das nur die zweitstärkste Rüstung Nicht die stärkste Aber irgendwie ist unser Elementzeug Und unser Techzeug Einfach nicht im Inventar Wenn wir das craften wollen Von daher Äh, nächstes Wir gehen hier oben auf den Berg Komm mal Nein Da sind doch keine Doch, natürlich sind hier oben Kristalle Nicht, nicht so viel Super viele Aber ich glaube auf jeden Fall genug für den Helm Schön für den Helm Das fitzeln Ja Das sind Kristalle Und die größer sind die nicht Doch Die auf dem Berg da hinten sind Sie viel größer Ich glaube nicht 37 Kristalle pro Schlag Siehste Wie gesagt Die da drüben sind Safe größer Weil, äh Ja Die einfach größer sind Wir brauchen gleich noch ein bisschen Metall mit Keine Ahnung Was wir brauchen können Aber Oh, die Explorer Note hatte ich noch nicht Oh, mein Gott Das waren die ganzen Stein hier raus Ah, warte Steine Oh, da unten ist Alpha Da unten ist Alpha Ist das ein Tier Was ist das Für ein Tier Raptor Ich glaube ich Ich habe es angeschlossen Siehst du es da unten Ja, ich habe einen Sniper Ich habe ja so einen Scope Aber es kommt halt nicht Lass mal hinlaufen Vielleicht ist es stuck Nee, das lootet eine Leiche Fuck, nicht getroffen Wie kann man so schleichen Wie kann man so scheiße sein Ich habe keinen Scope und Treffe Nur Kann das Vieh mal sterben jetzt? Meine Waffe lädt mich mal nach Hast du gerade wieder verfehlt? Ja, weil der die ganze Zeit wackelt mit dem Scope Wenn du ihn im Fadenkreuz hast, musst du nicht zielen Da musst du einfach nur schießen Ich ziehe auch nicht mehr Ah, er ist tot Ja, jetzt hat dein Schibi-Dino gelevelt Geil So, haben wir nachher irgendwo Kristalle Oh, jetzt könnte es schwer werden, Nexus Ich weiß nicht, ob ich jetzt den Vogel tragen muss Jetzt glaube ich, musst du den Vogel tragen Ich glaube, jetzt musst du den Jan tragen Ich kann doch einfach mal aus Jan ein paar Kristalle für mich rausnehmen, oder? Ja, und Metall und so Äh, das wird rein, nehme ich gerne Warte, bleib mal stehen Ich kann ihn nicht wussten Oh, fuck, vergessen Kannst du Stuka mal herfliegen, dass ich mich auf den draufsetzen kann? Und dann? Kann ich mit Stuka wegfliegen? Ich kann dich nicht bewegen Äh, äh, natürlich nicht Ich kann noch ein paar Kristalle rausnehmen, wenn du überhaupt nimmst Ja, hier ist ja nichts mehr Wie viele Kristalle haben wir denn jetzt? 162, cool So, hier am besten hier stehen bleiben Und dann kann ich auch gleich so Und dann lege ich noch ein bisschen Einmal so Hopp Jo Schön, dass Jan gleich wieder viel leichter geworden ist Ja, weil ich nicht mehr auf ihm draufsetze Wahrscheinlich Guck, ich kann ihn nicht tragen, ich bin zu schwer Ja, dann Weg Ja, ja auch nicht tragen Wie viel Stein hat Jan dabei? Nix Glaube ich Schmeiß das Metall raus Kack Ich schmeiß das Metall jetzt aus Jan raus Jan hängt ein bisschen mit Stein Ich hatte keinen Stein mit Nee, bloß nicht, Digga 300 Stein mitgehabt, Alter Ich habe gesagt, glaube ich Oh, so, jetzt nochmal Ui, ich bin zwar Arsch langsam Oh, nee, nicht mal Jetzt geht's Ja, weil ich jetzt das ganze Metall noch ein bisschen mitgenommen habe Aber jetzt bin ich fett langsam Weil 300 Metall Oh, Digga Das ist schwer Aber schlimm ist das Ding, ich haus das eh gleich dahinten Selbst wenn ich jetzt im gelben Bereich komme Spätestens im roten Bereich bin ich dann hoch Glaubst du, der stirbt dann Fallschaden, wenn ich den jetzt loslasse? Ob, nutzt es testen? Nein Mit dir vielleicht, aber Ey Das Problem, weißt du was Ding ist? Eigentlich könnte ja Jan, also Der Party-Jan Ähm, noch mit uns reden Zumindest mit mir auch, weil ich ihn nicht bestimmt habe Ja, ich schon, wegen der Aufnahme Weil das keinen Sinn macht, wenn man den hört, aber der nicht dabei ist gerade Naja Ich bin nicht mal in jedem Bereich runtergerutscht Äh, über den Rückflug Obwohl ich 80 Kilometer langsamer bin als zu Hab mal Jan bitte vor dem, äh, Schmettofen, dass wir das Teil gleich noch Einfachen, einfachen können Kannst du den, den Rex Den Rex, welcher auch immer das ist, mal da wegtun Das ist kein Rex Was ist das dann? Das ist Huhn Der Jutairanus Ja, pack den mal weg Mach du doch Oh, du bist unnötig DSL-Modem So, dann machen wir jetzt noch eine komplette Rüstung für Jan Ja Oh, schon 250 Bahn geschmolzen Ja, von dem, das wir vorher drinnen hatten Naja, aber dennoch Ja, das geht mega schnell, Digga, das ist krank Äh, ich bring mal noch die restliche Wunderkristalle hoch, okay? Jo Machst du mir deine Schild? Ja, äh, Freddy? Jo Problem, ich kann die Leiter nicht nutzen Dreieck Ja Kann sie nicht nutzen Warum? Nett Wenigstens haben wir eine Treppe noch Gucken wir mal, wer hier ist Lieferung Hast du das gerade ausgemacht, du Spock Nein So, 100 Kristalle drin Oh, auf einmal viel leichter, Digga Einmal bin ich Spie Gonzales Man kann mir, glaube ich, sogar kein Schild machen Ja, wir haben nicht genug Kristalle für dein Schild, Nexus Und keine genug Siliziumperlen Will Jan ein Schild? Hat Jan jemals ein Schild genutzt, Freddy? Äh, nö Hast du hier mal zu Schild? Ja, Metallschild Wie, Jan, du hast schon ein Schild genutzt? Nein Ja, aber willst du ein, äh, Dingens, äh, Sprottschild, Jan, oder nicht? Och, maaann Will der? Ja, Jan, das ist Sprottschild Ja, kriegt der aber nicht Wieso nicht? Ja, weil er nicht hier ist Äh, krieg ich das? Klar, Nexus, gerne, hol's dir Geh mal farmen, Junge Ey, Freddy, fritz dich Na, Coco Wie lebt sich's So im blauen Modus Sollte, zieht das nicht dein Key? Ich find den Comic-Raptor cool Das ist nicht der Comic-Raptor Das ist natürlich aus der animierten Serie Ist mir egal Also scheinbar soll's irgendwann ne Animated Series geben Ich hab noch keine davon Ich hab aber noch keine bisher irgendwie mitbekommen Dass schon einer da ist Aber der Metall-Raptor hier Baba Der Babo hier Da Der, der, der Oh, no, der ist Pock Der ist Pockers Babo Babo ist ja auch mein Raptor Der kann nur cool sein Chicken wing Chicken wing, chicken wing Äh, äh Ich hab einen Ford im Kopf gehabt 300, äh, 100 450 Bonn sind schon fertig Nice Ich weiß doch nicht, wofür wir das gebrauchen könnten, aber Boah 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 Cohohohohohohooooooh Hohohohohohoh Wirst mir wieder Tag machen hier Sollen wir uns mal einen Schalldämpfer für eine Waffe herstellen, Freddy? Hm, ne was? Schalldämpfer Also ich hab mir ein Stromgewehr gemacht mit Dingens Mit Laser-Visier Das Laser-Ding sieht man einfach gar nicht Ihr müsst auch in der Pumpgun drinlegen, wenn ihr die Munition dafür hast, kannst du die de-craften Ich weiß, dass da eine Pumpgun drin liegt Aber ich, ähm Aber ich mach mir dafür gerade noch Muni Ich mach mir gerade für mein Stromgewehr Muni So, ich nehm mir jetzt Jan und dann geh ich Stein holen Ah, Betäubungsfeiler Bergbauhelm C4 Sprengladung Ja C4 Zünder Ja Stellst du dir nicht ernst, das ist alles gerade her, oder? Nei Aufzugsschiene, kleiner Aufzug Ne, ich erforsch das noch Gewehr Häubungsfeiler Ah, für unter Wasser, guck mal Dresor, ja Leuchtpunktvisier, das Detailpfeile Atemgerät Wieso muss Anne Frank hier stehen? Ja, geschützt, Schar 14, 80 Brille, ja Gasmasker, Akhetenwerfer, Akhete Unter Wasserminen Kryokammer Oh nein, nächstes Rätsel, mich bitte Kannst du mal kurz Jan bei mir wegholen? Ah, ich bin da, auch der in der Gemeinde bin draußen Ich stack den Boden Ah, jetzt habe ich den Scheiß geschlossen, du Bastard Dumme Sau What shit Minigun geschützt Elektro-Schocker Schockender Betäubungsfall, der muss doch am besten sind, oder? Safe Ja, ist der, der ist am besten Der Schock, die Dinos halt Was denen auch Betäubung gibt Plus der Betäubung mit diesem Narkosemittel Was denen auch nochmal Narkose gibt Meist Er ist Ach belongs Inst GPS-Gerät, GPS-Sender, cool. Alter, ich hab grad so viel erforscht. Nice. Ja, ich hab alles erforscht. Wunderschön. Also ich hab all dies erforscht. Also von 51 weiter hoch, also 51, 52 etc. hab ich alles jetzt erforscht. So, was brauch ich denn für das Leuchtpunkt-Visier, weil das ist 40 Kristalle, Elektronik 30, Metallborn 40. Ich hab, wie viel Elektronik haben wir? Hahaha. Das weiß ich nicht. Äh, hier das Artefakt, was hier liegt, Freddy, guck mal. Guck mal hoch, komm mal. Brauch mal deine Meinung. Alter. Ähm, komm mal mit. Ja, geh hoch. Krass. Lass mich doch jetzt klettern, Spiel. Ja, warte, ich muss kurz unterstellen. Das ist fort, Kleidung. Ähm, guck mal. Hä? Das ist das Artefakt hier, ne? Ja. Guck mal. Das hast du auch, ich weiß. Das ist das, was wir zweimal geholt haben gestern. Hier unten. Wo es weg geht. So, Sturmgewehr, how to herstellen. Ich hab ein Sturmgewehr. Digga, in ein Magazin passt 40 rein, Junge. Tschüss. Aber du brauchst halt extremst viel dafür. Also, Schießpulver und ich mach mir grad die ganze Zeit was. Wird im Fabrikator rechnen. So, wir müssen ja vereint halten. So, wir müssen da gehen gehen. Ja. Last. Wo stellen wir Schießpulver her und... Wo hab ich eigentlich mein Schild reingepackt, mein Metallschild? Weil wichtig? Nee. Hä, wo hab ich mein Metallschild reingepackt, bitte? Ja, da bin ich drin. In die Treppenkiste zufällig. Treppenkiste hab ich dich hier drin. Ah ja, hier ist mein Metallschild. Oh, ich hab kein Fleisch mehr. Falser. Ja, ja, und wenn du deinen Schibi verlieren willst, kannst du das Metallschild... Also, wenn ihr euren Schibi rausmachen wollt, könnt ihr das Metallschild gerne haben. Weil das Metallschild kommt an die Stelle, wo der Schibi hängt. Na, fuck that. Schibi, viel zu wichtig, Digga. Ist so. Warum haben wir uns denn das Swatchschild gemacht? Haben wir nicht. Na gut. Also ich zumindest nicht. Wie ich einfach so... Terra... Keine Ahnung, wie die Kacka heißt. Ich hab mehr und sieben, bevor wir mich auch noch... Okay, ja. Wie ist die einfach One-Shotter? Ist das ja nicht so schön? Ah, noch was, noch was, noch was. Du da. Ja, meisterschütze hier. Ohne Visier vor allen Dingen. Hä? Der Schuss ging durch. Oh. So, Leute, dann würde ich aber an der Stelle sagen, das war's für die Folge. Wenn euch das gefallen hat, gerne liken oder abonnieren. Wenn euch das gefallen hat, dann bei Nachrichten nichts zu verpassen. Ich, nein. Werden uns jetzt noch ein bisschen hier Munitionen erfarmen und bla bla bla. Und ähm... Ja. Ciao, Leute. Ciao, Leute. Bevor diese Spiele saugen...